Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Tech-News. Ich hoffe, es geht euch gut und heute wird die euch nochmal von Holy präsentiert mit der Sorte Blood Orange Bet. Ihr versteht schon. Blut. Orange. Naja, jedenfalls könnt ihr da mal reinschauen, denn es gibt auch Probierpäckchen und mit dem Code NERDOVERTECH5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Mit dem Code NERDOVERTECH10 10% auf alle weiteren Bestellungen. Schaut gerne mal unten in den Link in der Beschreibung und jetzt legen wir los mit der neuen Tech-News. Linus Torvalds ist ja bekannt für seine kontroversen, aber manchmal auch stimmigen Aussagen und er ist der Erfinder von Linux. Und er sagt, das aktuelle KI-Geschreie ist momentan 90% Marketing. Er sagt zwar, dass KI unsere Zukunft verändern wird, aber er wird sich erstmal komplett davon fernhalten, bis das Ganze sich ein bisschen gelegt hat. Und ich bin ganz ehrlich, da kann ich ihm eigentlich nur zustimmen. Viel Marketing, aber natürlich muss das Thema auch kräftig gepusht werden, um viele Grafikkarten und Chips zu verkaufen von allen drei Unternehmen. Ja, aber ihr könnt gerne mal eure Meinung dalassen. Ich bin gespannt. So, und dann kommen wir mal in die AMD-Ecke, aber ein kleiner Hinweis vorneweg. Wenn ihr noch eine Kleinigkeit über Technik erfahren wollt, dann schaut auch gerne mal in die neuen Essay-Videos rein. Letzten Samstag kam hier auf dem Technik-Kanal eins und jetzt am Samstag kam ein neues Sega Saturn-Video auf dem Nerd-Over-News-Kanal. Da habt ihr auf jeden Fall nochmal ein bisschen Wissenserweiterung, wenn euch das interessiert in Sachen Technik. Aber wir kommen jetzt zur AMD und zu aktuelleren Sachen, denn der AMD Ryzen 5 5600 XT und 5000T sind jetzt verfügbar. Das heißt, ARM 4 lebt mit sechs Kernprozessoren definitiv weiter. Zen 3 ist weiter in die Basis, es gibt also kein Technologie-Upgrade, aber cool, dass AMD das auf jeden Fall noch unterstützt. Der einzige Nachteil ist halt, naja, die Plattform ist halt End-of-Life. Das heißt, kein DDR5, sondern nur DDR4. Wer aber noch ein kostengünstiges Upgrade haben will und sich sagt, das reicht mir völlig aus, kann das jetzt auf jeden Fall noch tun. Weiter geht es mit Crackern Point und das ist auch wieder eine spannende Sache, denn es gibt ja jetzt eine neue Spar-APU von AMD. Die wurde nämlich jetzt durchaus gesichtet mit 8 Zen 5-Cores, 16 Threads und LPDDR5X8000 Memory. Also auch hier sollte man eventuell eine kleine Konkurrenz zu Lunalake haben für besonders günstige und flache Notebooks. Wir dürfen gespannt bleiben. Jedenfalls wurde er jetzt gelistet, das heißt, es wird wahrscheinlich demnächst schon eine Neuigkeit geben. Viel spannender ist aber natürlich der AMD Ryzen 9800 X3D, der jetzt zeitgleich mit der PlayStation 5 Pro am 7. November auf den Markt kommen wird. Er wird mittlerweile bei den ersten Händlern für 456 Euro plus Steuern gelistet. Ja, richtig gehört, 456 Euro plus Steuern auch in Europa. Das heißt, wir werden hier ungefähr von 550 Euro mit Steuern ausgehen können. Vielleicht ein bisschen günstiger, aber schon eine spannende CPU. Denn offensichtlich hat AMD alles überarbeitet an dem Ding. Im Geekbench wurde er mittlerweile mit 5,3 GHz gesichtet und erreicht 18.560 Multiscore-Punkte und 3.295 Singlescore-Punkte. Aber auch der 3D-Cache wurde offensichtlich komplett überarbeitet, nachdem man ja mit den ersten 3D-Cache-Modellen übelste Probleme hatte. Ihr wisst schon, verbrannte Sockel und so. Hat man den 3D-Cache in der zweiten Generation jetzt offensichtlich in den Kern integriert. Also das heißt, er wird nicht mehr obendrauf gesetzt. An der Größe wird sich aber wahrscheinlich nichts ändern. 64 MB sind es weiterhin und die durchgesickerten Marketingfolien von AMD sprechen von 8% mehr Single-Core-Performance und 15% mehr Multicore-Performance im Vergleich zum 7800 X3D. Aber ich sage es mal so, auch damit baut man den Vorsprung vor Intel massiv auf. Denn sagen wir es einfach mal so, der Core Ultra 9 285K wurde jetzt reviewt und es ist eine schwierige Angelegenheit. Aber wir kommen gleich dazu. Aber es gibt auch weiterhin neue Mini-PC-Neuigkeiten. Ja, das war jetzt doppelt gemoppelt, aber egal. Denn GMK hat jetzt auch seinen ersten Mini-PC mit Ryzen AI 9 HX370 angekündigt und ballert die TDP auf 70 Watt rauf. Mal sehen, wie laut das Ding denn am Ende werden wird. Aber dadurch können nochmal ein paar Prozentpunkte mehr Performance rausgeholt werden. Denn spezifiziert ist der Chip eigentlich auf 54 Watt TDP. Also, ja, mal gucken, was die Gaming-Performance so bringen wird. Und auch B-Link macht eine Kleinigkeit und die bringe ich extra hier rein, weil die ganz oft in der AMD News reinkommen. Denn B-Link hat jetzt seine GPU-Dockingstation für Open Source freigegeben. Das heißt, ihr könnt sie später dann definitiv auch drucken und dann euer eigenes PCI-Express-Dockingstation da reinpacken. Blaue Ecke, Intel-Ecke und der Intel Core Ultra 9 285K durfte jetzt reviewt werden. Ja, nur für Spieler ist er halt nicht so richtig, die richtige Wahl. Vor allem nicht, wenn ihr die maximale Performance haben wollt. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, die Plattform ist noch im Beta-Stadium. Sicherlich wird Intel da in Zukunft noch weitere Updates raushauen, um die Performance nochmal zu stabilisieren. Und ja, es gibt auch verschiedene Tricks, um die Performance zu steigern. Gerade Roman, der Bauer, hat dann doch noch ein paar Sachen rausgefunden. Und damit konnte er ihn ein bisschen schneller machen als den 14.900K. Das Problem ist, naja, das wird den Normal-User halt nicht tangieren. Die werden sich für sowas nicht interessieren. Die werden dann eher mit der Effizienz leben müssen. Was ich aber ehrlich gesagt auch den richtigen Schritt finde. Denn verbrauchen tut er wesentlich weniger als sein direkter Vorgänger. Aber es gibt auch Verkaufserfolge. Denn in Japan ist der Prozessor aktuell blitzschnell ausverkauft. Das soll aber nicht unbedingt nur an der Beliebtheit des Prozessors liegen. Sondern auch daran, dass so wenig verfügbar sind. Mal sehen, wo das Ganze da hingehen wird. Aber für Spieler wird der 9800X3D von AMD die bessere Wahl sein. Und vor allem auch noch in der Effizienz weiter mit oben spielen. Trotzdem lassen die Leute es sich natürlich nicht nehmen. Und bringen jetzt auch auf Basis der Lunalake-Prozessoren demnächst Mini-PCs. Und Lunalake ist ja das durchaus interessantere Produkt. Denn der bringt Notebooks auf eine durchaus passable Geschwindigkeit. Und bringt doch einiges an Vorteile mit sich. Was ich allerdings sagen muss. Hardware ist halt nun mal nicht alles. Und das merke ich gerade an dem wunderbaren Stück hier. Dem GT1 Mega von GECOM. Der hat eine geile Hardware drin verbaut. Aber ich sage es mal so. Treiber, da muss Intel noch einiges machen. Und ich hoffe einfach, dass es bei der neuesten Generation noch besser wird. Solange wird Lunalake dann halt noch ein bisschen das Nachsehen haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nach und nach jetzt noch besser wird. Mit der neuen Battlemage-Generation, die ja Lunalake schon inside hat. Aber wie immer gibt es natürlich bei einer neuen Generation auch Kinderkrankheiten. Wenn ihr Microsoft Windows 24 H2 schon verwendet, solltet ihr unbedingt die iGPU abstellen. Denn die verursacht momentan in Kombination mit einer normalen GPU noch massive Probleme. Das ganze Betriebssystem stürzt gerade ab. Und Asus sowie andere Hersteller, die empfehlen definitiv BIOS-Updates und die iGPU momentan noch abzustellen, bis das gefixt ist. Und zu guter Letzt gibt es noch eine kleine News-Meldung, die Intel heute teuer zu stehen kommt. Denn 2005 soll Intel wohl die Chance gehabt haben, Nvidia für 20 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Mittlerweile sind wir bei 3,5 Billionen Euro. Aua. Das wird jetzt wohl schwierig für Intel umzusetzen zu sein. Aber stellt euch mal vor, Intel hätte Nvidia wirklich gekauft. Da würde die Geschichte heute komplett anders aussehen. Aber spannende Sache und man ärgert sich bestimmt heute noch darüber. Apple hat die neuen M4 iMacs vorgestellt. Und ihr sagt euch jetzt, was hat Apple mit Nvidia zu tun? Das werdet ihr gleich im Ticker erfahren. Aber es gibt ein neues All-in-One-PC-Konzept. Und Eraser will es halt wissen. Die packen nämlich eine volle RTX 4070 Ti GPU in ihr Gehäuse rein. Und damit habt ihr einen All-in-One-Monitor mit einer kräftigen Hardware da drin. Was haltet ihr von so einem Konzept? Und sagt ihr, naja, nach hinten darf der Monitor ruhig ein bisschen fetter sein. Ich hatte damals einen Röhrenmonitor. Da sagt ihr, nee, Monitore müssen schmal und elegant aussehen. Lasst mal gerne eure Meinung da. Ich finde das Konzept spannend. Aber ich denke mit so einem großen und vor allem warmen Chips eher unpassend. Naja, werden wir ja sehen, wie dann die Testergebnisse aussehen, wenn das Produkt auf den Markt kommt. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Meldung von Jensen Wang, dem Chef von Nvidia. Der hat nämlich jetzt öffentlich zugegeben, dass Blackwell einen Konstruktionsfehler hatte und TSMC nicht daran schuld ist. Nur Nvidia ist daran schuld. Und ja, dadurch haben sich auch ein paar Auslieferungen jetzt ein bisschen verzögert. Trotzdem ist man gut mit dabei und verkauft eine ganze Menge Blackwell Chips an die verschiedensten Unternehmen, die jetzt schon ihre KI damit befeuern. Und ja, es wird spannend zu sehen, was RTX 5000 für uns dann bringen wird. So, und für uns sind dann natürlich die Consumer-Geräte gedacht. Und deswegen kommen wir jetzt in den Ticker. Unter anderem nämlich mit dem neuen iMac mit M4-Chip. Der wird günstiger und der wird auch wesentlich schneller als der direkte Vorgänger. Außerdem gibt es ihnen neuen Farben. Der iMac kommt in zwei Varianten. Einmal mit der 8-Core-Variante, also 8-Core-GPU-Variante. Und in der 10-Core-Variante, wie bekannt aus den letzten Chips als Generation. Und er bringt noch einiges mehr mit sich. Er kommt in der Einstiegsvariante für 1499 Euro mit 16 GB RAM. Die 8 GB RAM sind endgültig gestrichen. Na, ein Glück, sage ich mal. Es wird auch Zeit. Und es gibt neue Farben. Blau, Gelb, Grün, Orange, Pink, Silber und Violett. Und das Violett gefällt mir persönlich am besten. Am Design hat sich allerdings nicht viel geändert. Es gibt aber noch mehr Unterschiede zwischen der 8-Core-GPU-Variante und der 10-Core-GPU-Variante. So habt ihr zum Beispiel vier statt zwei Thunderbolt, vier Anschlüsse. Ein Headphone-Jack bringt alle iMacs mit sich. Aber ihr könnt die Dinger noch wesentlich weiter aufrüsten. Unter anderem auf bis zu 32 GB anstatt 24 GB RAM. Und zusätzlich noch eine 8 TB SSD. Also hier sollte eigentlich auch alles drin sein, was ihr dann braucht. Vor allem für Schnittarbeiten und so weiter. Ich benutze Final Cut hier auf meinem MacBook Air. Und ich kann sagen, es macht überhaupt keinen großen Unterschied bei der Bearbeitung. Aber Renderzeiten werden sich sicherlich damit verkürzen. Wer allerdings noch mehr haben will, der sollte sich auf den neuen Mac Mini freuen. Der wahrscheinlich auch bis Mittwoch, also bis morgen vorgestellt wird. Und auch hier sind erste Daten durchgesickert. Der Mac Mini wird wesentlich kleiner als sein direkter Vorgänger. Hat aber auch einen wesentlich fetteren M4-Chip. Und zwar den M4 Pro. Den könnt ihr nämlich mit 20 GPU-Cores bestellen. Und damit habt ihr schon mal ein ordentliches Leistungs-Upgrade. Außerdem sind 64 GB Arbeitsspeicher und auch noch 8 TB an SSD-Speicher möglich. Also da könnt ihr auf jeden Fall ein richtig gutes Powerhouse in einem sehr kompakten Format zusammenschrauben. Und eine letzte Apple-News gibt es auch noch. Denn Apple Intelligence wird bei uns 2025 auch auf dem iPhone eingeführt. Und das ist schon im April. Das ging ja dann doch schneller als wir dachten. Ich meine, die paar Monate kann man jetzt auch noch warten. Und zu guter Letzt haben wir noch einen interessanten Ansatz bei der E-Mobilität. Über die berichte ich ja immer gerne. Denn aktuell steigt ja die LKW-Branche sehr viel auf E-LKWs um. Weil es sich einfach lohnt. Die Fahrzeiten sind halt relativ kurz mit 4 Stunden, bis man eine Pause machen muss. Dann kann man schon laden. Nur die Ladegeschwindigkeit, daran hapert es noch. Deswegen wünschen sich einige LKW-Fahrer auch ein bisschen weiter zu kommen. Und das soll mit neuen Aufliegern möglich sein. Also da, wo ihr hinten die Ware drauf packt sozusagen. Anhänger habe ich das immer genannt. Und die sollen jetzt ebenfalls mit Akkus ausgestattet werden können. Und nicht nur E-LKWs sollen davon profitieren, sondern auch Diesel-LKWs, die dann einfach weniger CO2-Verbrauch haben. Dadurch, dass sie halt die Akkus vom Anhänger mitverwenden können. Das finde ich auf jeden Fall eine richtig nice Idee und eine richtig nice Sache. Und ja, mal gucken, wo da die Reise hingehen wird. Ich meine, doppelte Reichweite für ein E-LKW. Warum sollte man den Platz halt auch nicht nutzen? Kann ja auf jeden Fall was bringen. So, das war es dann allerdings mit der Tech News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaut gerne bei Hody vorbei. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.